Ja Mädel Leute, Furchis Meinung ist mal wieder zurück. Das hier ist die Zahnbürste meiner Freundin. Wie heißt das? Dr. Best, die Oral. Ja, tolle Federung, beweglicher Kopf, aber ich finde diese zusätzlichen Borschen hier gut, weil ich sehe meine Freundin nur am Wochenende, weil paar Kilometer ihr versteht. Ja und diese zusätzlichen Borschen, das ist wirklich geil, wenn man so die Vorhaut nach hinten zieht, dann kriegt man richtig schön den Eichelkäse raus. Auch aus der Harnröhre. Also richtig toll, was da Dr. Best erfunden hat. Gefällt mir. So und jetzt lege ich die mal wieder zurück. Mit Lauf.